Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Mein Job lebend mit dem Hilfe Wasser, äh, Ostrein. Der was? Mit dem Hilfe Wasser Ostrein kommt oder was? Ah ja, okay. Mit dem Hilfe Wasser Ostrein. Ah. Ich hab hier oben versucht den Seetropen zu legen, aber naja. So, wir haben ein wenig vorgearbeitet, äh, ja, äh. Autsch. Wir haben einen kleinen Weg, haben unserem kleinen, äh, Freund, der nichts weiß anscheinend, äh, gezeigt, wo es Sand gibt, damit er selber laufen kann und nicht, wie ihm alles schenken, damit er auch mal selber was lernt. Der hätte mir mal geschrieben, er, geht auch selber gerne laufen, also, selber mal farmen und sowas, so. So. Äh, und daraufhin hab ich dann gesagt, kann man mit in die Wüste, weil er Sand wollte? Ist er hinter mir hergewatscht? Warte, 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 warte. Als wir da angekommen sind, hat er sich die, äh, bloße Hand genommen und angefangen zu buddeln. So, wenn man Spaß hat. Oh, das hat so ein Gewächshaus oder was macht der da? Das war auch mal ganz klar. Ich hatte noch mal so ein kleines Haus für, für Hundis oder was. Bobby, guck mal her. Ach so, herr, herr, herr. 80 Items wurden entfernt, alles klar. Ich brauche immer Erde. Ja, ich habe Erde, 18. Wow. Wow. Ich kann den nicht. Ich bin mutiert zum Hund. Der war schlecht, gerade. Ähm. Ich hab gefragt, wer kann was nicht. Keine Ahnung, irgendwas im Chat. Ich kann dich nicht tappen. Was tappen? Weil du willst adden oder was? Tappen. Äh, so. Jetzt wird aber unsere Erdeküsse ein bisschen leerer. Naja, so viel leerer machen wir dann nicht. Dopp. Ich denke schon. Slash Shop. Nicht Slash Shop, äh, Slash Aha. Äh, was gibt's denn da so schönes? Gibt's hier Schwende? Was? Ja, es gibt hier so'n, äh, wenn du Slash Aha machst, gibt's da so'n Shop. Da guck ich ab und zu mal rein, ob's da was gibt, was man vielleicht gebrauchen könnte. Leder, TNT. Uh, TNT. Natürlich. 64. Für 3.000.000. Ja, die Preise sind wirklich so übertrieben hier. Das ist nicht übertrieben. Am Spawn kostet das teilweise noch mehr. Okay, aber Erdeklausch, was wir nicht kaufen. Ich bin jetzt auf, war cool. Morgen bin ich aber nicht on. Ja. Der Typ. Okay, bis dann. Er spielt da nicht, ach so, der ist schon offline. Wollte ich mich noch netterweise verabschieden, dann geht der Typ einfach. Respektlos. Wie verhält er sich mir gegenüber? Genau, ich schicke. So. Alter, sie ist flächig, Alter. Könnt' ich's jetzt mal bitte mal Tag lassen? Danke. Fall net. Wo lang, jetzt hab ich die Erde eingesammelt. Sorry, muss er aber eigentlich grad zeigen. Du musst Aggressionen abbauen, ne? Ja. Von dir. Ah! So, ich bin jetzt hier dieser Psyche-Andreas. Fabi, ich hab gehört, du sollst Farmen gehen. Äh, nö. Grad eigentlich nicht. So, schade. Na. So. Hm. Warte. Hm. So. So. so und zack und so so eigentlich würde ich schon genau weil so viel ist es eigentlich auch wieder nicht so und auch alles mal an atmen sieht und so was hier ein zack zack e Jo ist perfekt um und was das hier diese Essenskiste dass er zu Leiter drinnen kann die Bruchstein Erde ja von der hier gar nicht zu reden für uns vertiebt ein bisschen Erde ich könnte auch eigentlich den netherrack rein donnern weil ich bin ja auch sonst nie los ein bisschen mehr netherrack und das Müllstopfloch ja bis gleich start jp hey ach guck mal hier war vorher auch ein bisschen granit dann kommt jetzt noch mehr granit rein so ich kann ein bisschen Erde mitnehmen bitte ein bisschen so eigentlich könnten wir unten das von der Fall das geht nicht so ganz wie man sich das vorstellt kann man sich unten so Rüstungsständer aufstellen gegen eine Lederrüstung aufziehen und dann so dahin so Eisenerze platzieren und dann halt oben drüber diese Glasplatte so dass es so aussieht als Minenarbeiter wären die da halt gerade arbeiten du kannst ja keine pickaxe in die Hand legen also kannst du schon aber nicht ohne command so außerher das plugin auf aber das glaube ich eher weniger das so 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 Lied Lalalalalala Oh Alter, was hier jetzt gerade schon alles verbaut wurde von mir Guck dir das mal an hier Achso, und hier sind schon 5 verschiedene Sorten drunter Ich hab hier Ich hab hier schon 4 Stacks hier reingepumpt Und du sagst, Erde wird nicht weniger Wird's ja auch nicht Dann kriegst du ja spätestens bei der nächsten Ausgrabung Also wenn wir dein Grundstück noch weiter ein ebnen, dann kriegen wir ja wieder neue Erde Ja klar, aber trotzdem wird's jetzt weniger Erde jetzt, wo wir es haben Du müsst ja nicht nur Erde nehmen, du könntest ja auch ein bisschen Koppeln nehmen Und netherrack so wie ich Ja, aber ich meine jetzt hier diese oberste Schicht Da bin ich, wenn alles erinnert Ja, 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 ja Und dann ist das hier Dann vermied mir das Und dann puttet das jetzt herunter Hä, netherrack? Hä? Was für zick wäre Dann landet er in der Schlucht In der Einer Und dann Ah cool, Dias Versucht's abzubauen Und dann geht's nicht Weil ich weiß nicht, wann sein Gebiet ist Kann da ja nicht mal drin landen eigentlich Also ja doch, er könnte unten durch die ganzen Gänge Aber Ist eigentlich so unwahrscheinlich, dass man da reinkommt Ich hab jetzt schon 5, 6 netherrack, glaub ich, grad reingeballert Mhm Ich spiel jetzt Teilweise 2, teilweise 3 tief, alles, ne Jungs, hab jetzt für das Kerl Stück 8,5 Stacks grad verbraucht Alter Weil es geht eigentlich Ich hätt's mir eigentlich fast schon mal vorgestellt Achso, du hättest zu mir kommen können für neue Erde, nur Falls du noch was brauchst Ja, ne, so ein bisschen auch schon Ne, das war ja nur, weil ich hab noch 5, 6 Stacks dabei So, ne, so, hm So, dann dürfen wir langsam mit dem Deck fertig sein oder? hat 30 ja nein eine reihe ist ein stack die hälfte hatte ich noch also ich habe auch 30 blöcke und dann habe ich noch einen stack gehabt danke so ein boden habe ich schon immer gewünscht in mein haus so ein boden habe ich schon immer gewünscht in mein haus auch hier ist noch freie fläche was ich auf jeden fall schon immer gewünscht ich möchte echt nichts sagen ich befürchte das reicht nicht wenn ich dabei habe ich habe ein komplettes Inventar dabei gehabt ich habe jetzt noch ich glaube 5 Slots das witziger ist wo du bist gehört nicht mehr zu unserem Gebiet lol lol wo ist dir das genau das Ende hier hier ist Ende also ja wir müssen trotzdem eingeben weil sonst sieht scheiße aus da hier ist die ganze Auto hier die Linie ach deine Schwester nichts machen hier immer nur am rumklotzen hier ist ja furchtbar ja ne soll mal helfen hier ey wir arbeiten hier schon 5 Tage und sie hier ich kann ja nicht mal mitmachen achso ja o das ist doch Erde ja dann habe ich einen Preiskontor äh Inventar ja so das sollte reichen und ich hau nächste Folge auch nicht mehr fertig ja vielleicht ich habe ich noch gar nicht eingeladen habe ich den vermisst ja naja schon wieder ne hast du eine woche lang nicht online hm hast du aus wie du das Glück gehabt ich muss morgen doch nicht um 6 aufstehen da kann ich lange da bleiben bist du sowieso nie naja heute war letzter Ferientag warst du lange am überlegen war letzter Ferientag nein eigentlich ist das hier der letzte war am Sonntag morgen hätte man so aufs Hof freigart und Sonntag auch ja stimmt kannst du mal richtig auffüllen hier da war ich noch nicht da war ich noch nicht danke Fabi man nichts bekommt dieser junge hin alter durchbeut systematisch der schwester denkt sich hey wieso finde ich das mit badrock auf ey mit badrock natürlich mit netherrack cool ich kann gleich erde holen gehen ich habe gedacht sieben stacks wären schon wieder zu viel aber ich würde sagen das was mit dieser folge wenn es euch gefallen hat äh schauen wir euch von Bosna vorbei und wir sehen uns beim nächsten mal wieder Ciao Ciao Ciao